so weiter im text spielen und wir haben ganz viel eisen zum abbauen wir haben noch 42 minuten zeit und diesmal sollten wir ein bisschen besser vorbereitet sein kein deko zeug halte ich zurück kein deko zeug bauen türschloss braucht noch ein eisen wie schaut es mit ausrüstung aus und alle haben was sie brauchen wir kriegen bald aber neuen zwerg dazu brauchen wir alles noch einmal und der koch kann auch noch mal jäger werden also gut sagen wir da carpenter das klingt praktisch wird auch carpenter und es wird nacht unsere mauer hier ist noch mehr als fragwürdig dann müsste sich mal jemand beeilen wir brauchen ein neues portal ich hier brauchen mich unten nicht wirklich ja sonst brauchen wir so ein portal wo sind unsere zwerge da da stein stein wo läufst du denn du da der control geht da hoch warum willst du jetzt auch nach da gehen das ist ein ganz schön langer weg und oben ist ein portal verdammt du der control release also ich das take control und release reset ich die quasi und die gucken dann was jetzt nicht das machen könnten und machen dann nicht diese komischen sachen wie das da eben gerade so das kann alles noch weg portal ist noch da acht steine sehr schön das muss weg und den könnte man eigentlich töten portal töten und hey hat für uns die hecke weggemacht sehr schön kriegen wir jetzt irgendeinen zwerg der da hoch geht und den tötet wir brauchen unbedingt noch fackeln fällt mir gerade auf fackeln da bisschen licht schadet nie ein bett ein freier wird dann frei also da noch ein da noch ein so so wie tot zum wie gehirn dabei ein stein hier bitte bild stone wie schaut es da hinten aus portal ist weg neues portal hin und die beiden einmal resetten take control ließ take control ließ sehr gut alle ins portal geist verdammt schon unruhe gemacht ist okay und da kommen jetzt ein paar mehr jungs an bauen wir ganz schnell da eine mauer hin weil das ding ist gleich weg weil ich damit am besten komm ko 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 kais ignorieren stein von da ja hau den geist ist ja so viel wichtiger als die horde untote die gleich bei uns reinkommt du musst mal alles selber machen ließ du schlägt rauf ich kann schon ließ jetzt aber wenn ich fackeln zurück schnappt den stein und sie sind durch das sieht nicht gut aus level up wir kriegen einen neuen zwerg äh du geule du wir haben keinen ordentlichen helm für dich aber das da so töten nö die jungs geht da durch und prügelt mit sehr schön so liegen dann aber ganz schön angeschlagen du geh schlafen so wir brauchen noch eine steinachs und wir brauchen da eine neue wand und wir brauchen da oben die wand hin und überhaupt wende 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 keine chillige musik arbeit 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 ähm portal take control wusch und dies so eisen müssten wir eigentlich jetzt langsam genug haben oh portal portal ah das sieht nicht gut aus das rutscht gleich runter gut dann bau mal jo dann bau einfach mal das hier alles ab ah das nicht da muss erstmal das da weg äh der kristall kann abgebaut werden das kann abgebaut werden das ganze zeug kann eingesammelt werden die 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 dann und das gut so steinwand da willst du mir auf unserer festung wachsen bäume sehr schön hier sind überall dort dinge hin dafür gibt's da oben ein portal wie schaut sonst aus können wir das türschloss bauen ja können wir hierosa nie können wir nicht jeno Also, doch kein Dekozeug, was Gerogon eigentlich die ganze Zeit machen will und nicht darf. Sondern da unten alles einsammeln. Und nein! Nein, 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 nein. Wo kommt ihr jetzt hier? Was zum Geier bauen die hier? Töten. Die können Bäume hochklettern. Das ist echt nicht gut und die halten ziemlich was aus. Genau, prügelt die nieder. Allesamt. Genau, du. Geh schlafen. Haut den Kopf in den Kau. So, einer weniger. Das ist nicht schön. So, so. Die Sachen müssen weg. Ähm. Du sollst nicht nicht mal Zeug benutzen. Bau da einen Stein hin. Bildstone. You're under attack. Wo? Da ist keiner. Oh, da kommt jetzt einer. Ja, nicht schön. Aber jetzt sammelt bitte das ganze Zeug da endlich ein. Wir brauchen das Eisen. Tabs, 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 Tabs. So, was hast du dabei? Gar nichts. Du sammelst nur das Zeug da unten ein vor dem Totenzwerg. Das muss erst mal ins Lager, bevor wir es ausrüsten können. Na gut, wenigstens haben wir nur ein Zwerg verloren und in drei Minuten kommt der neue. Das ist soweit ja fast okay. Aber warum benutzt er nicht das Portal? Oh. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass immer ein Portal zu Hause auch geöffnet wird. Aber das stimmt wohl nicht. Genau da. Einsammeln da durch. Einsammeln durch. Einsammeln durch. Die machen doch gar nichts. Und trotzdem kriegen wir andauernd Fehlermeldungen. Wahrscheinlich, weil wir unter ihnen durchlaufen. Ja, okay. Das da kann auch weg. Das da oben kann auch weg. Portal. Select Warf. Take Control. Zip. Release. Bessere Betten. Craft. Oh, wir haben endlich drei Eisen. Also. Du. 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 Craft Türschloss. Hey. Wir haben Türschloss hergestellt. Und Betten. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. So. Zwei Betten müssen reichen. Und anscheinend benutzen sie immer das nächstliegende Bett. Was nicht so schön ist. Weil es halt nicht so gut ist. Das heißt, sie müssen das Brett da gleich mal kaputt hauen. Sobald er ausgeschlafen hat. Was haben wir noch? Die Schnecke da muss weg. Und dafür muss da ein Stein drauf. Und wir sind wieder an der Tag. Was wir nicht wirklich sind. Das ist nur Fake. Und den Baum hätte ich noch ganz gerne weg. Damit wir hier kurz und dorthin packen können. Um dann da oben drauf die Mauer spitze zu machen. Und du steh endlich mal auf. Und du machst da den Stein. Ja. Und du wirst da Holz hacken. Hoffe ich mal. Äh. Irgendeiner braucht noch eine Axt. Genau. Du. Oh. Und einen Holzhelm brauchen wir noch. Äh. Besser gesagt zwei. Weil der andere gleich auch wieder spawnt. Und eins, zwei, drei, vier, eins, zwei Holzhelme ausrüsten. Holzhelm. Oh Gott. Warum, warum laufst du weg? Genau. Kaputt haben. Kaputt. So. Dann dort da und da. Und da. Nee, da brauchen wir nicht. Aber da und da. Hier haben wir jetzt zwei Felder dick. Das muss hoffentlich reichen für morgen. Oder heute Nacht. Portal hier unten. Setze ich schon mal neues, weil das gleich weg sein wird. So. Ein ganzes Zeug einsammeln ist okay. Ihr bringt das dort. Da soll später ein Stein rauf. Oh, nee. Also später ein Dirt rauf. Muffelt erst mal ein Apfel weg. Ist okay. So, jetzt kann ich hier ein Dirt klucken rauf. Damit der Arbeiter sich dann auf die Dirt stellen kann und links und rechts den Stein hinpflanzt. Weiß ich nicht, Mick. Also zwei Wände wären echt praktisch. Aber da kommen die Skelette halt einfach so rüber. Und die Goblins bauen einfach sowas, was noch viel gemeiner ist. Aber weiter rankommen tun sie anscheinend nicht. Das ist gut. So, Dirt ist auf dem Weg. Stein da. Stein da. Stein da. Stein da. Forschungstechnik vorankommen. Und was fehlt dann als nächstes? Eine Workbench. Dazu brauchen wir einen Tisch, ein Stück Eisen, zwei Stück Holz. Workbench fertig. Workbench platzieren. So, die kommt unten hin. Oben ist Schlafraum, unten ist Arbeitsraum. Damit die schön genervt werden von dem Arbeitslärm. Und da bauen wir mal Leiter hin. So, was haben wir noch an Forschung? Eine Slime-Torch. Wir haben immer noch keinen Slime. Und Nägel. Zwei Eisen. Eins, zwei. Und das Komplett. Tür. Ja, Tür klingt sehr, sehr gut. Holz, 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 Holz. Tür. Tür platzieren und zwar da. Und wieder ein Fake Attack. Oh, und Zwerg Nummer 5 ist da. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jo. Du kriegst einen Helm. Eine Keule, eine Pick-Axt und eine Axt müssen wir noch herstellen. Close Craft. Stone Axe. Nein. Stone Axe. Zwei Stein, zwei Holz.